Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 307. Mein Name ist René, außerdem heute nicht in Mittelstadt, sondern hier dabei der Herr Basti. Gude. Ja, und dann hatten wir eigentlich gehofft, wir können Frau Alex für heute verpflichten, aber die war jetzt irgendwie das ganze Wochenende in München. Ich weiß auch nicht, was da irgendwie los ist. Stand jetzt hat sie noch auch für das nächste Jahr einen gültigen Podcast-Vertrag. Aber wir haben uns andere fachkundige meierische Kompetenz geholt und zwar die Alice, auch bekannt als Sportslands Alice, ist da. Hallöchen. Genau, und sie ist heute etwas bewegungsgeärmt, weil nach Fußball noch jede Menge Tennis gespielt und irgendwie viel Sport heißt wenig Bewegung. Und genau der richtige Gast für Podcast. Das setzt mich sehr unter sozialen Druck, weil ich kann mich auch nicht mehr bewegen, aber nicht, weil ich Sport gemacht habe, sondern weil ich so viel gesoffen habe. Toll, da fühle ich mich schlecht. Ja, ist so. Ich habe eine Reihe von Mispelchen am Samstag vernichtet. Ich habe es schon gesehen. Ich habe es schon gesehen. Grüße an deine Frau. Ich habe es schon gesehen, dass ihr Mispel-Notstand hattet. Da waren viele leere Mispelchen auf dem Bild zu sehen. Ja, das ist sie. Ich habe die hier im Rheinland an die Nachbarschaft mit ausgeschenkt und sie waren alle sehr begeistert. Sicher. Also könnte demnächst neue Kunden geben. Ich hoffe auf Beteiligung am Umsatz. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau. Wir hatten am Samstag ein Fußballspiel und haben auf reichlich Beteiligung an Toren für die Eintracht gehofft und da war das eine oder andere dabei und ich glaube, wir fangen auch schon direkt mit dem sehr offensichtlichen Highlight des Spiels an. Das 3-0 von Alex Mayer. Also ich weiß nicht, wie viele Minuten die Alex Mayer gefordert haben, dass er eingewechselt werden soll, aber es war lang. Es war sehr, sehr lang und dann stand er, ich glaube, gefühlt irgendwie 42 Minuten an dieser Seitenlinie, bis sie endlich den Ball ins Ausgespielt haben und dann gab es kein Halten mehr. Frau Alice, Sie finden den Herrn Mayer, glaube ich, auch nicht so schlecht, oder? Ach, das ist einfach ein Frankfurter Urgestein, der gehört irgendwie zur Eintracht mittlerweile und zur jüngsten Geschichte so dazu und der Max würde jetzt sagen aus dem Rasenfunk Geschichten, die schreibt nur der Fußball und ich finde irgendwie, wenn er am letzten Spieltag nochmal zu Hause beim Heimspiel eingewechselt, also nicht letzter Spieltag, sondern letztes Heimspiel nochmal eingewechselt wird und dann ist es schon Gänsehaut, dass der dann noch das Tor macht in seiner typischen Mayerart ist dann, glaube ich, um es mit dem Basti zu halten, pure Eskalation. Ja, mir fällt es immer noch schwer, darüber zu sprechen, ohne loszuheulen, deswegen kann ich gar nichts viel dazu sagen. Dieses Tor hat, glaube ich, jetzt hat, glaube ich, auch jeder Eintracht-Fan gebraucht nach diesen Wochen. Das war wie so eine innerliche Reinigung und als ich da angefangen habe zu heulen nach dem Tor, habe ich irgendwann schnell gemerkt, dass ich auf gar keinen Fall hier der Einzige bin. Es gab sehr, sehr viele Leute, die plötzlich ihre Sonnenbrille wieder auf hatten, die sie vorher runtergenommen hatten. Du hast es schon gemerkt, es war diese ganze merkwürdige Achterbahnfahrt die Saison, die Kovac-Nummer, diese Unsicherheit, wie die Mannschaft reagieren wird gegen den HSV, diese zurückgenommenen Tore dann gegen den HSV, die Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Und dann kommt dieser Moment, das ist übel, das ist fast schon zu viel für mich gewesen, weil du wirklich in diesem Stadion schon vor der Einwechslung gemerkt hast, okay, das wird wahrscheinlich so ein magischer Moment, selbst wenn er nicht trifft. Und dann kommt diese Flanke und diese Flanke war ja gefühlt 10 Minuten in der Luft und du hast gedacht, alter, der rottet jetzt gleich mit der Innenseite, wie er es halt immer macht, rein. Und dann gibt es ja auch viele geile Videos davon, diese Eskalation danach, das gibt es glaube ich nicht oft irgendwo, auch an anderen Standorten. Das ist halt die Eintracht, das ist diese, die holt dich durch solche Sachen, holt die Eintracht dich wieder zurück. Wir reden hier Woche für Woche, langsam nervt alles, bla bla bla. Und dann stehst du dort und weißt ganz genau, warum du dir den Scheiß immer wieder antust, damit du einfach diesen emotionalen Moment mit allen Leuten dort hast. Das ist einfach so. Und das ist einfach, das ist auch stärker als ich, der dann, ich kann da nichts dagegen tun. Ich kann nichts dagegen tun zu sagen, oh nee, jetzt bin ich froh, wenn es Sommerpause ist. Nein, ich stehe dann dort und rast komplett aus. Und was, ich will jetzt noch gar nicht zu viel vorwegnehmen, wohin die Diskussion vielleicht später geht. Aber dieses Tor hat auch leider so ein bisschen darüber hinweg getäuscht, oder nicht leider, Gott sei Dank, dass es auf den anderen Plätzen so gut gar nicht für uns gelaufen ist. Und diese Mission Platz 7, Hashtag 7, ja die steht auf sehr wackeligen Füßen. Aber noch bin ich unter dem Eindruck dieses Tores. Und ja, ich glaube, ich glaube der Frank von der Hessenschau hat es auch getwittert. Das ist ein Moment, da werden wir nicht nur heute drüber sprechen, sondern auch noch nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren. Das ist einer dieser Eintracht-Momente. Das ist für mich auch einer der Momente, Kaiserslautern, Reutlingen, Alex Mayer. Das ist so ein Moment, den können wir wahrscheinlich jetzt auch noch, da wir noch so sehr unter dem Eindruck stehen, noch gar nicht so gut beschreiben und begreifen. Ich glaube, dass, wenn Mayer wirklich jetzt aufhört, was auch schade wäre, dann ist das wirklich einer der legendärsten Momente in der jüngeren Feindsgeschichte. Und mir fällt es immer noch schwer, das so ein bisschen einzuordnen. Ich kann nur sagen, dass mich das krass mitgenommen hat. Also aber richtig auch und auch lange. Also lange, lange, keine Ahnung, 10, 20 Minuten konnte ich mich irgendwie kaum beruhigen, war dann froh, dass ich auch nochmal eine dicke Sonnenbrille aufhatte. Es war, ja, es ist halt so. Das ist einfach geil, aber im Endeffekt braucht man sich auch, glaube ich, nicht schämen. Weil ich glaube, von diesen 50.000 im Stadion, da hat, glaube ich, jeder geheult, die HSV-Fans aus einem anderen Grund und wir aus dem Grund. Also von daher. Ja, wobei, also schon auch, glaube ich, auch für die HSV-Fans, das durchaus auch ein beachtenswerter Moment war. Axel hat selbst bei 3,90 eben zugegeben und Axel hat gesagt, vor vielen Jahren konnte ich es nicht vorstellen, selbst der Axel hat eine kleine Träne verdrückt. Weil diese, ich glaube, diese Geschichte gönnt auch jeder Alex. Also ich glaube, Alex May ist auch ein Spieler, dem gönnt man das auch, wenn man kein Eintracht-Fan ist. Das ist, ja, ein zurückhaltender Typ, der immer bei der Eintracht war, dass er dann dieses Tor noch macht zum Abschluss. Ausgerechnet gegen den HSV. Ja, das kann man nicht besser schreiben, es ist aber so passiert und das ist, ich feiere es hart, bin aber so ein bisschen hinterhergerissen zwischen, ich habe trotzdem noch richtig Schiss vor dem letzten Spieltag jetzt. Ja, ich meine, das Thema ist ja auch nicht durch. Ich meine, kommen wir mal ein bisschen weg von Alex Mayer, es gab ja noch weitere zwei Tore, also am Ende war das Ergebnis 3-0 für die Eintracht. Ich möchte an dieser Stelle nur nochmal anmerken, dass sowohl Marvin als auch ich letzte Woche ein 3-0 getippt haben. Ja, und andere Menschen, die heute auch anwesend sind, auf ein 1-0 des HSV getippt haben, nur um das hier mal klarzustellen. Ja, ich lasse mich da nicht herausfordern. Das Spiel fing ja schon, fand ich, irgendwie so ein bisschen komisch an, als ich die Aufstellung gesehen habe und gesehen habe, dass Mascarell auf so einer 8er- bis 10er-Position spielt und ich mir gedacht habe so, what? Also, das fand ich, war ja schon so ein bisschen, da hat er wieder einen aus dem Hut gezaubert. Das hat jetzt eher nicht so für positive Momente für mich gesorgt. Und dann ja, wie zu erwarten war, Chandler auch in der Innenverteidigung war ja dann auch eher so ein bisschen schwierig. Der ja dann auch ganz früh raus musste. Ich weiß nicht, habt ihr nochmal irgendwas gehört, was jetzt da verletzungstechnisch Sachlage war? Er hatte ein schlechtes Gefühl im Knie, hat er wohl gesagt. Okay, also war das eher... Dass er da ja schon mal eine Meniskus-Operation oder sowas hatte, haben sie ihn dann deswegen rausgenommen. Okay, dann war das wahrscheinlich jetzt auch eher so ein bisschen Vorsorge. Okay, gut. Ja, und dann war es ja eher so ein bisschen... Ich weiß nicht, am Anfang fand ich, hat die Eintracht durchaus wieder Druck gemacht und dann haben sie wieder nachgelassen und dann gab es ja dieses ominöse, es war vielleicht Abseits- oder auch nicht-Tor vom HSV. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das jetzt Abseits war oder nicht. Also angeblich war ja die Aussage jetzt im Nachhinein vom DFB, dass man sich in Köln direkt sehr sicher war, dass es Abseits war. Ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher. Am Ende ist es auch egal, aber ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass das Spiel in dem Maße nicht gelaufen wäre, wenn der HSV da früh wirklich in Führung gegangen wäre. Die hätten uns bei weitem nicht die Lücken angeboten, die wir dann nachher zum 2-0 und zum 3-0 nutzen konnten, wenn die da 1-0 irgendwie vorne gelegen hätten. Ja, das war auf jeden Fall, das war für mich auch mit der Knackpunkt, auch was die Stimmung unter den eigenen Fans betrifft, weil in den Sekunden, wo die Leute dachten, dass dieses Tor zählt, hast du schon gemerkt, dass manche ja fast sogar darauf gewartet haben, was passiert, wenn dieses 1-0 jetzt auch noch fällt, und dann so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die Stimmung wäre gekippt. Also, dass diese Nummer nochmal so emotional, freudig, rührselig endet, hätte ich zu dem Zeitpunkt, in dieser halben Minute, wo ich dachte, das Tor zählt nicht gedacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, oh, die Stimmung kippt jetzt hier, ist ja da nicht passiert, ich weiß auch nicht, ob es Abseits war. Ich glaube aber schon, ich glaube aber sonst, also ich meine, dass es Abseits war, dass es auch gut, dass es zurückgenommen wurde, der HSV hat an anderer Stelle auch schon mal Glück gehabt, in Leipzig mit Kostic, da war das anders. Also brauchen die sich, glaube ich, auch nicht beschweren, weil die auch in der Folge trotzdem nichts gemacht haben. Also der HSV, ich habe ein bisschen den HSV auch überschätzt, weil ich ihn vielleicht auch gar nicht so oft über 90 Minuten gesehen hatte in ihrer Hochphase, weil die hatten sehr, sehr viele Längen auch in ihrem Spiel. Also man hat schon gesehen, warum die trotzdem wahrscheinlich absteigen. Also es ist nicht so, dass man sagen muss, oh, die Eintracht hat die jetzt irgendwie überrannt, sondern der HSV war selber auch echt nicht gut. Das war, am Anfang muss man auch sagen, auch von beiden Seiten, das war auch ein grottiges Spiel. Da waren viele Ballpassagen, der Ball rumflippert und nie, Kopfball weg und Seiten aus, blablub. Das sah am Anfang nicht so gut aus, dann kam dieser geniale Moment vom 1-0, plus diese VR-Entscheidung und dann ist es so ein bisschen, ja, in Richtung Eintracht gekippt, aber die hat es dann auch nicht ausgenutzt. Die hat gar nicht dieses, die hat gar nicht das aufgenommen, sondern dieses Tor von Mascarell dann, ja, das fällt dann da irgendwie rein. Das war so ein bisschen sinnbildlich. Das war dann auch eher eine Erleichterung nach dem 2-0. Das war gar nicht so diese, was krass ist, dieses Tor von Meier hat diese Bewertung und die Emotionen nochmal auch komplett in eine andere Richtung gelenkt. Normalerweise wäre das ein 2-0-Arbeitssieg gewesen. Alle wären erleichtert gewesen, wären aber noch ängstlich, weil alle anderen auch gewonnen haben. Durch diese Meier-Nummer ist das alles so in den Hintergrund gerückt. Das wirkte nach dem Spiel und auch die Stimmung unter den Leuten. Wir sind danach natürlich nochmal ins Museum gegangen. Du hast das Gefühl, die Eintracht hat gerade das beste Spiel aller Zeiten gemacht, weil jeder halt einfach so geil drauf war. Das hat so ein bisschen darüber hinweggetäuscht. Ja, aber das ist ja auch gut. Also es ist gut. Ich finde gut, dass die Stimmung jetzt so ist, wie sie ist, weil die vielleicht auch jetzt vielleicht die, weiß ich nicht, die fehlenden 5-10% für das Auswärtsspiel auf Schalke, was ich, ja, das wird eine ganz enge Kiste. Aber ich hoffe, dass die, die paar Prozente, die vorher gefehlt haben, durch so eine Nummer vielleicht sogar nochmal freigeschaltet werden. Und dafür kann es auch nur gut sein. Da muss man auch, Alex Meier, da... Ja, stimmt schon. Also das 3-0 eigentlich, wenn man sich so den kompletten Spielverlauf anguckt, muss man sagen, dass das 3-0 eigentlich ein Ergebnis ist, was zu hoch ist für das Spiel. Wir hatten dieses 1-0, was echt grandios rausgespielt war. Haller da mit der Übersicht und Wolf dann bei Pollersbeck durch die Rosenträger. Kurz danach hat Mascarelli ja quasi das 2-0 auf dem Fuß, wo er irgendwie versucht, den Ball da so drüber zu chippen, was halt schief geht. Und danach war es halt von der Eintracht eigentlich ein verwaltendes Ergebnis. Für das 2-0 habe ich mir aufgeschrieben, schön rausgespielt. Aber das Tor war am Ende totaler Slapstick, weil eigentlich die drei Leute den Ball da nicht aus dem Strafraum rausgeköpft bekommen. Und dann wird er auch noch so blöd vom Schienbein abgefälscht. Also, ja. Alice, wie hast du es denn empfunden? Ich finde, das ist so ein typisches Eintrachtspiel gewesen. Es ist so eine typische Saison. Das, was der Bastid seit Langem fordert, dass es endlich mal eine Entscheidung gibt, was da jetzt passiert, passiert eigentlich immer noch nicht. Ich dachte, mir als das Tor von Ito gefallen ist, habe ich schon fast getwittert. Das war so klar, weil es mit Ansage war, dass man jetzt dieses Spiel gegen den HSV einfach verliert. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn wir 1-0 da zurückliegen, dass, wie der Bastid auch gesagt hat, die Stimmung kippen wird und dass das dann auch verloren geht einfach. Und dass es dann nicht gezählt hat, war unser Glück. Ob es jetzt richtig oder falsch ist, keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Ich fand es einfach, es ist wieder so, du bist da emotional total drinne und denkst dir so, okay, jetzt führen wir, jetzt komm, einfach mal über die Zeit bringen und mal ein bisschen souverän zu Ende spielen. Dann haben die in der zweiten Halbzeit, fand ich, so krass wieder für dieses Gegentor gebettelt einfach. Es war so, wir wollen jetzt nicht mehr, hatten die eine Chance vorher noch in der zweiten Halbzeit. Ich kann mich zum Beispiel an keine mehr erinnern. Und dann, ich meine, Holtby-Tor war klares Abseits, aber trotzdem. Also, dass der Radetzky da überhaupt noch dran war, war ein Wunder. Und da war es dann auch schon wieder so, okay, jetzt geht die Scheiße hier irgendwie 1-1 aus und dafür kann sich keiner was kaufen. Und so richtig geil Stimmung bringt es auch nicht. Dann fällt es 2-0 und ich glaube, das 3-0 ist einfach so ein Bonustrack. So, hat mit dem Spiel wenig zu tun, macht aber die ganze Stimmung jetzt vor dem Ende einfach nochmal viel emotionaler und packt einen halt jetzt richtig. Und das ist das, wofür wir die Eintracht lieben und wofür wir sie aber auch gleichzeitig hassen, dass du beides einfach immer wieder hasst. Und dass du sagst, so, keine Ahnung, vor dem Spiel warst du so, ich hasse Fußball, ich habe gar keinen Bock mehr, lass die Saison zu Ende gehen, wir nehmen noch irgendwie jetzt das Pokalspiel mit, kriegen vielleicht irgendwie was hin. Und so, und jetzt bist du wieder so, oh Gott, geil, Bundesliga, wir können es noch schaffen, jetzt kommt Pokal, da ist noch alles drin und man ist wieder so total hyped. Ja, das ist so ein bisschen, ja, du hast gesagt, das Bild mit dem Bonustrack ist super, weil da ist dieser Bonustrack im Endeffekt ja vielleicht die ganze CD gerettet hat. Da wird der Künstler sich auch drängen, Gott sei Dank war das drauf. Und, aber, ja, aber das entscheidende Konzert, die letzten zwei Konzerte werden ja jetzt noch gespielt, deswegen muss man aufpassen, dass man sich bei, ja, das hört sich blöd an, aber wir können uns vielleicht unterm Strich von diesem emotionalen Moment dann nichts kaufen, wenn wir trotzdem Neunter werden und das Pokalfinale 6-0 verlieren. Das ist trotzdem, das muss jetzt, also es muss auf jeden Fall jetzt in irgendeiner Weise, ja, wie soll ich das jetzt sagen, das muss monetarisiert werden, zu denken, okay, wir nehmen jetzt diese Emotionen und ballern dafür, keine Ahnung, Schalke weg, überholen vielleicht sogar noch Leipzig, werden Sechster, oder, weiß ich nicht, die Hölle friert zu und du gewinnst den Pokal. Also das, was die Alice sagt, diese unfass unsägliche Achterbahn, die ist immer noch nicht vorbei, im Gegenteil, irgendwie habe ich das Gefühl, ich wäre fast emotional ausgestiegen, weil ich sauer war durch diese ganzen Kovac-Nummern und jetzt bin ich irgendwie nochmal rein. Ich habe, Pia und ich hatten uns nach dem Spiel unterhalten und mein Bild war auch, das ist tatsächlich so, du landest dann wieder irgendwie mit deiner Ex-Freundin im Bett, obwohl du es gar nicht wolltest, aber du denkst, ja, guck mal, eigentlich war es trotzdem ganz geil. Also du denkst, na, ist vielleicht jetzt nicht das Schlauste gewesen, was ich gemacht habe, aber es hat sich vielleicht dann doch gelohnt, muss jetzt aber mal gucken. Und das ist einfach, du weißt es ja gar nicht, wir waren, ich war so sauer in dieser Zeit von Kovac, wir waren aber auch schon so gehypt diese Saison, weil alles irgendwie gut gelaufen ist mit Peter Fischer und diese ganze Nummer, dass du das Gefühl hattest, diese Multikulti-Mannschaft repräsentiert diese Stadt wie noch lange keine andere Mannschaft mehr und wir sind auf dem Weg zur Champions League. Ja, es ist einfach, ich weiß nicht. Ich glaube, das mit der Achterbahn, du hattest dich auch schon angesprochen, liegt halt auch einfach so ein bisschen dran, wie die anderen jetzt gespielt haben. Ja, das muss auch nicht sein. Ich meine, das Leibniz jetzt gegen Wolfsburg gewinnt, ich meine, es war zu erwarten. Damit konnte man rechnen, aber das jetzt auch noch, SC Freiburg, ich hätte mir vom SC Freiburg eine ähnliche Leistung wie von Mainz in Dortmund gewünscht, dass die wenigstens einen Punkt dort in Gladbach rum, weil die den ja auch noch brauchen eigentlich. Ja, und das andere ist halt auch, wie Marvin so schön geschrieben hat, was hat er geschrieben irgendwie, Hoffenheim ist auch der unnötigste Verein schlechthin, schaffen es nicht mal gegen Stuttgart irgendwie. Ja. Dann, wenn es mal wirklich drauf ankommt. Dann, wenn man wirklich mal, genau. Und damit bleibt halt einfach die Geschichte verdammt eng. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Ja. Um im Mittelstadtbild zu bleiben. Hoffen wir, dass sie spannend ausgeht. Grüße. Aber wenn man die Bonus-Track-Geschichte noch mal oder Metapher noch mal weiterführt, dann könnte man ja auch sagen, ja, okay, keine Ahnung. Beim Bonus-Track hat der Chor wieder super zusammengearbeitet oder Background-Sänger mit dem Team zusammen. Und am Ende des Facts hat es geholfen, um das Teamgefüge vielleicht auch für die letzten zwei Alben noch zusammenzufügen. Keine Ahnung, Basti, du bist ein Typ, mein Gott. Aber am Ende des Tages hat es, glaube ich, für Eintracht Frankfurt und für das Team Eintracht Frankfurt krass geholfen. Das ist es ja. Aber das muss man, das wird sich ja jetzt zeigen. Also, ob das reicht. Ich weiß es nicht. Weil, ja, das Ding ist ja, wenn wir jetzt realistisch sind, die Eintracht ist bestimmt nicht verpflichtet, auf Schalke jetzt zu gewinnen. Die sind Vizemeister. Die werden also wahrscheinlich auch, ja, sich jetzt zu Hause irgendwie mit einer runden Sache verabschieden wollen. Da gehe ich zumindest mal von aus. Das heißt, du kannst dort keine Punkte einplanen und bist dann natürlich darauf angewiesen. Und das ist für mich die ganz gefährliche Nummer, dass HSV ziemlich lange noch glaubt, dass da noch was geht. Und davor habe ich ein bisschen Angst, weil auf einem anderen Platz spielt Wolfsburg gegen Köln. Und wenn Wolfsburg jetzt wirklich sehr, sehr früh 2-0 führen sollte, was nicht unrealistisch ist gegen die Kölner Mannschaft, die schon abgestiegen ist, die dann vielleicht nicht mehr die allerletzte Gegenwehr zeigt. Und das dringt dann irgendwie, natürlich, das landet schnell in Hamburg und dann werden die auch nicht mehr mit allen Reifen ins Ziel fahren. Das ist, glaube ich, das Gefährliche, dass gegen Ende dieses Spiele in Hamburg dann das Pendeln Richtung Gladbach ausschlägt. Und dann kann die Eintracht, ja, dann muss die Eintracht einen Punkt auf Schalke holen. Das wird sehr, sehr schwierig. Und wir hatten es ja in den letzten Wochen schon vermutet, es gibt ja jetzt auch entsprechende Presseberichte auch in die Richtung, dass sich gar nicht jeder in Frankfurt so sichert, ob das so gut ist, Sipter zu werden. Was mich nervt, aber die Meinung gibt es ja. Ich hoffe nicht, dass die auch bei den Verantwortlichen so vorherrscht, dass man sich die Sommervorbereitung kaputt macht mit Reisen nach Moldawien und so. Ich hoffe trotzdem, dass die Eintracht wirklich nicht mit leerem Koffer nach Berlin fährt. Das will ich nicht. Und das wird echt, das werden jetzt nochmal, als wenn es nicht alles anstrengend genug schon gewesen, das wird jetzt noch härter. Also das wird jetzt, auf Schalke und in Berlin, das werden nochmal zwei harte Nummern jetzt. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, also erstmal muss man ja schon sagen, was du auch gesagt hast, die Vorzeichen sind halt denkbar schlecht. Klar, Schalke hat den Vizemeistertitel jetzt irgendwie festgemacht. Da geht es für die eigentlich um nichts mehr. Auf der anderen Seite, sie schließen die Saison zu Hause ab. Sie sind immer noch sickig auf uns wegen dem DFB-Pokal-Halbfinale. Und die Frage ist ja auch, mit welcher Strategie gehen wir da rein? Also wo legen wir jetzt tatsächlich den Fokus drauf? Glauben wir auch nur ansatzweise dran, im Pokalfinale eine Chance zu haben? Dann ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie viel Risiko gehst du dann in diesem Schalke-Spiel? Also gehst du das Risiko ein, dass ich da halt jetzt dann auf den letzten Metern einer doch noch irgendwie verletzt oder nicht? Musst du eigentlich meiner Meinung nach, weil das viel, viel, viel realistischer ist als das Pokalfinale. Sorry. Ja, sehe ich genauso. Ich wende das aus. Du musst auf Sieg spielen. Also alles andere ist ja... Von mir aus kann die Eintracht... Ja, also und zur Not verletzen sich vier, meinetwegen. Und dann haben wir es aber wenigstens geschafft. Und dann spielt unsere B-Mannschaft, meinetwegen, gegen die Bayern. Also das ist ja dann wurscht. Das ist ja... Also im Pokal, der schreibt ja seine eigenen Gesetze. Aber da ist es ja egal. Da geht es ja... Da ist die volle Motivation bei allen da. Und ob du das dann auf demselben Niveau dich mit Bayern, wirst du dich nie befinden. Ob jetzt mit der ersten Elf oder mit den vier anderen. Also ich glaube, du musst jetzt auf Schalke alles geben. Und ich sehe das auch so, weil trotzdem die Eintracht nicht planen kann, dass das nächste Saison wieder ähnlich läuft. Und dass wir nächste Saison wieder in ähnliche Gefilde kommen. Der Marvin hat es ja gesagt, das muss man mitnehmen. Weil natürlich ein Spiel in Moldawien wahrscheinlich nicht für die Verantwortlichen das Allertollste ist, aber für uns. Für uns ist es doch. Und wir sind trotzdem auch ein wichtiger Teil. Das hat man auch wieder bei diesem Meier-Tor gesehen. Diese Geschichten, die dann die Eintracht schreibt, die werden trotzdem von den Fans getragen. Wenn der Meier da ein Tor schießt und kein Schwanz interessiert sich dafür, dann ist das auch nicht so eine große Nummer. Es ist doch dieses Gegenseitige, diese Liebe, die die Fans dem Verein geben. Das ist trotzdem sehr selten in Deutschland. Wenn jetzt irgendein Maxi Arnold einen Abschiedsschau macht, dann interessiert mich das überhaupt nicht. Das interessiert aber auch dort niemanden. Das ist trotzdem was anderes. Und das ist trotzdem was, was die Eintracht auch in einen überregionalen Fokus trotzdem setzt. Das sind diese Gesänge nach dem Tor von Rebic im Pokalfinal letztes Jahr. Das sind ja Sachen, die erfreuen nicht nur uns selber, sondern die gehen auch weiter weg. Oder wenn die Eintracht auf Schalke irgendwie geile Auswärtsstimmung hat im Halbfinale und Thomas Nowak schreibt von wegen, es gibt nicht viel geileres als Frankfurter Auswärtsstimmung. Das sind trotzdem Sachen, die die Eintracht auch ausmachen. Und ich finde, dass so eine Europapokal-Nummer auch zeigen kann, dass das eben nicht so wie bei Freiburg, Mainz oder vielleicht sogar auch Stuttgart sein muss, dass ich dann vor 17.000 Zuschauern gegen irgendeinen moldawischen Feind spiele. Nein. Du fährst dann wirklich, dann fährst du wirklich vielleicht mit 10.000 Leuten nach Moldawien. Dann ist es trotzdem was, was dafür sorgen kann, dass du A, dieses Spiel vielleicht gewinnst, dann bist du trotzdem in der Gruppenphase. Also wenn die Eintracht nicht in die Euroleague will, dann muss die Eintracht entweder so viel Geld verblasen, dass sie sagt, okay, Angriff Champions League. Oder sagen, ja okay, dann machen wir wieder eine Bruchhagen-Nummer. Dann gucken wir mal, was passiert. Weil nur dieses Verschieben immer, dieses, ja, das ist noch zu früh. Aber was, sorry, was ist denn zu früh? Dann irgendwann musst du es ja mal machen. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du die ganze Zeit daheim wohnst, weil es irgendwie einfacher ist, und naja, das mache ich nächstes Mal, wenn ich ein bisschen mehr gehe. Ja, irgendwann wohnst du mit 50 noch daheim. Also du musst doch irgendwann mal probieren, zu sagen, okay, der passende Moment wird wahrscheinlich nie kommen. Wir ziehen es jetzt durch und man kann der, man hat ja bei Köln gesehen, du kannst diese Euroleague auch eine andere Bedeutung geben, als das hat, wenn Hoffenheim zu Hause vor zwölf Zuschauern gegen Prager spielt oder mit 34 Leipziger irgendwo auswärts fahren. Kann es zudem geben und die Eintracht muss diese Emotionen sich eigentlich erarbeiten. Da bin ich fest von überzeugt. Da hilft mir auch keine Skepsis von, ja, aber die Sommervorbereitung, ja und? Aber glaubst du nicht, dass das schon auch ein bisschen was anderes gewesen wäre, wenn, jetzt mal ganz abgesehen, wie es gelaufen ist, aber wenn Kovac geblieben wäre und diese ganzen Klärungen, welche Spieler bleiben und so weiter, sich vielleicht auch ein bisschen schon früher entschieden hätten, dass man genau dann das gehabt hätte, dass man sagt, ja, okay, auf jeden Fall Europa, Europa League und dann bauen wir sozusagen mit dem Punkt auf und jetzt hast du halt natürlich so ein bisschen den Status, dass du erstens keinen Trainer hast, du weißt nicht, wie viele von den Spielern tatsächlich auch noch die Eintracht verlassen und du sozusagen eigentlich wieder komplett erstmal bei Null wieder, oder nicht bei Null, aber bei wieder einem Umbruch hast und wieder neu anfangen musst und ich glaube, und das tut mir auch weh, aber ich glaube, den Eintracht Verantwortlichen ist es nicht so wichtig, dass eine geile Stimmung in Moldawien oder sowas herrscht, sondern dass es halt darum geht, dass man konstant sich weiterentwickelt und in dem Fall halt leider nur um zwei Prozent vielleicht und nicht um die 20, die wir gerne gehabt hätten. Ja, aber das muss denen wichtig sein, sorry. Das muss denen wichtig sein, weil trotzdem das auch nicht über Gebühr strapaziert werden kann, dieses immer wieder hoffen und so und wir haben es auch in der letzten Zeit oft gesagt, das ist oft so, dass du einfach sagst, ey, irgendwann wollen wir halt, wenn die Chance so groß ist wie dieses Jahr, die kommt auch wahrscheinlich nicht wieder, das wissen wir, glaube ich, auch alle und dann musst du das durchziehen, auch für die Fans, die ja dann auch mit derselben Emotion wieder in die neue Saison auch gehen sollen, aber der Marvin hat es ja gesagt, bei ihm war es schon nach dieser letzten Rückrunde, die so in die Binsen gegangen ist, schon sehr, sehr schwierig, bis er wieder emotional in der Saison war und da ist der Marvin noch nicht alleine. Da sind viele Leute, denen es so geht und wenn du jetzt wirklich als Neunter, sagen wir mal, die Eintracht wird Neunter und fährt dann, kriegt dann im Defilbekal von dem Bayern den Arsch aufgerissen, dann natürlich wird es nächstes Jahr wieder auch wieder, werden wieder alle da sein, aber ich weiß nicht, ob irgendwann, was ist denn, wenn das nächstes Jahr trotz der besseren Sommervorbereitung, dann die Saisonscheiß läuft, was passieren kann, du weißt nicht, wer Trainer wird, du weißt nicht, wer bleibt, es geht immer schnell, die Eintracht hat Spiele vieler auf Kante, dann verlierst du vier Spiele unglücklich, ja zack, 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 das ist so, trotzdem, ich habe das Gefühl, du müsstest es trotzdem emotional mitnehmen, weil es echt auch anstrengend war und die Kovac-Nummer auch, weil das wird ja von den Fans auch erwartet, von den Fans wird ja auch erwartet, dass wir jetzt einfach schon abgeakt haben, da kommen neue Trainer, wir kaufen uns wieder Dauerkarten, wir fahren wieder dahin, ich gebe jetzt wieder 100 Euro dafür aus, ich habe 150 Euro für Schalke-Karten ausgegeben, das erwarten die ja auch, weil diese Momente, die du dann vielleicht in der Zukunft schaffen willst mit dieser strukturellen Arbeit, die brauchen trotzdem einen Empfänger, also das ist trotzdem nicht selbstverständlich, dass die Eintracht-Fans so sind, wie sie sind und ich finde trotzdem, eigentlich müsste man die dafür belohnen und ganz ehrlich, wenn du einen einigermaßen fähigen Trainer als sollte, er es hinkriegen, eine Trainingssteuerung zu machen, die die Testspiele ersetzen mit diesen Spielen und der Wettkampfbedingung ist doch eigentlich sogar noch besser und natürlich fährst du nicht mit voller Kapelle nach Moldawien und vielleicht geht es dann auch schief, aber meine Güte, dann haben wir es wenigstens ausprobiert und sind siebter geworden. Ich hoffe auch, dass die Verantwortlichen das so sehen, auch wenn das vielleicht ein bisschen anstrengend alles wird, aber dann frag mich halt, wofür wir dann spielen. Soll ich dann nächstes Jahr wieder hoffen, ja entweder werden wir vierter oder achter. Also dann müssen die, wenn wirklich alle Leute so denken, dann muss man diese Euro die komplett abschaffen, wenn da eigentlich keiner mehr rein will. Nee, ich bin ja auch bei dir, was diese Momente angeht und du weißt ja auch, dass wenn du zu Hause gegen Moldawien spielst, dann ist auch wieder 50.500 da und dann lohnt es sich allein für diesen emotionalen geilen Moment und so. Aber ich finde auch das Quatsch mit hier Saisonvorbereitung und blibla blub, was man da immer irgendwie vorher erzählt und so. Ich weiß nur nicht, ob so diese emotional, dass es uns als Fans so viel bedeuten würde und so wichtig wäre, dass wir es schaffen, bei den Eintracht Verantwortlichen eine Relevanz hat. So, das wollte ich eigentlich eher nur damit anmerken. Dieselbe Angst habe ich ja auch, deswegen spreche ich es ja an. Das ist genau, ich sehe es so wie du. Ich glaube das nämlich auch, ich vermute das auch. Weil das natürlich, wie du es gesagt hast, für einen neuen Trainer wahrscheinlich auch besser wäre, wenn er länger Zeit hätte, seine Mannschaft kennenzulernen und nicht direkt Ende Juli schon irgendwo kicken muss. Ja, aber wenn du diese Argumentation nimmst, die Verantwortlichen können mir ja auch, konnten die ja, Semian Kovac, kann die mir nicht auch garantieren, dass es nächsten Sommer wieder so ist. Der Eintracht holt jetzt einen Trainerstern vor, der ist wieder erfolgreich und dann schnappt uns nächsten Sommer wieder einer den Trainer weg. Das kann ja wieder passieren. Das ist ja nicht so, dass man denkt, okay, der Nächste, den wir holen, der bleibt auf jeden Fall fünf Jahre. Es kann ja sein, dass wir den nach acht Spielen rausschmeißen, weil er achtmal verloren hat. Also diese Garantie können die uns ja nicht geben und sich selber auch nicht. Und deswegen würde ich trotzdem denken, alles, was jetzt irgendwo auf der Gas liegt, stecke ich ein und schaue erstmal, kann ich danach immer noch wegschmeißen. Also du kannst ja, natürlich will ich nicht, dass die Eintracht alles dafür opfert und die Eintracht dann deswegen absteigt, weil wir dann einmal in Moldavien gespielt haben und dann auch noch ausscheiden. Natürlich nicht, aber ich finde trotzdem, dass es ist ja auch trotzdem nicht unfassbar. Es kann trotzdem auch passieren, sag ich mal, wenn du letzter Spieler gar nicht bist, du kannst ja auch noch Sechster werden. Also du kannst auch Sechster werden und dann musst du eben nicht diese ganzen Touren machen. Und also von daher weiß ich nicht. Ich würde mich auf jeden Fall, was mein letztes Statement ist, ich würde mich auf jeden Fall nicht auf das Pokalfinale verlassen, aber ich glaube, so dumm sind die auch nicht. Weil du kannst niemals irgendwie einplanen, dass du gegen Bayern irgendwas holst. Ja. Ich frage mich ja noch, ob die Entscheidung Europa ja oder nein auch bei der Trainerentscheidung dann irgendwie eine Rolle spielt oder ob man sich, egal wie, schon entschieden hat. Ja, aber das wissen wir ja nicht, ob man schon einfach eine Entscheidung getroffen hat und es einfach noch nicht verkündet hat oder ob man sagt, okay, man wartet jetzt mal ab, was die Basis ist. Ja, schwierig. Also eigentlich, wenn wir jetzt den Blick nach vorne richten und nicht nur auf Schalke gucken, sondern halt auch auf das, was danach ist, müsstest du eigentlich, also wenn es nach mir geht und die Eintracht das alles ganz ordentlich macht, müsste sie eigentlich nächste Woche nach dem Schalke-Spiel den Trainer fürs nächste Jahr announcen und dann wirklich anfangen, jeden Tag diese Stimmung für das Pokalfinale noch ein Stück höher zu fahren. Das wäre eigentlich das, was ein vernünftiger Verein an der Stelle machen müsste. Weiß ich nicht. Ich glaube, die letzte Woche vom Pokalfinale brauchst du das nicht mal. Das wären die Fans. Ja, aber einfach das Thema, um das dann nochmal so ein bisschen hochzufahren. Aber hilft es dir? Ich finde, das kannst du sonntags oder montags nach dem Pokalfinale auch noch announcen. Hauptsache, die wissen das. Das ist ja viel wichtiger. Wir können ja auch ruhig noch zwei Wochen warten, meine Güte. Wir können eh nichts machen. Aber ich finde, ich würde hoffen, dass sie es schon wissen, weil es dann auch die Spieler wissen und dann ist nämlich genau das. Da hast du vielleicht auch ein ganz anderes Involvement in dem Projekt, zu sagen, okay, ich bin nächstes Jahr noch hier. Ich habe jetzt vielleicht wirklich Bock, nächstes Jahr ein bisschen Euroleague zu spielen. Ich bleibe hier, der Trainer kommt, den finde ich auch geil. Ich würde schon gerne wissen, dass die Spieler das auch jetzt bald mal wissen. Und auch die neuen Spieler. Weil du natürlich auch keine, kannst nicht die, also es gibt viele Spieler, die du jetzt verpflichten willst, wenn die auf einem höheren Niveau sind. Ich glaube, heutzutage ist das Usus, dass man fragt, ja, wer ist denn überhaupt Trainer? Weil mit viele, viele Spieler wissen, die unter dem Trainer klappt es vielleicht nicht so. Und ja, das, auch für den Prinz zu sagen, okay, was ist jetzt mit dir? Und dafür müsste es echt geklärt werden. Ich hoffe, dass das auch so ist. Also, ich glaube nicht, dass da so rumdelettriert wird, dass die jetzt wirklich immer ein bisschen warten und dass wir dann drei Wochen nach dem Pokalfinal immer noch nichts wissen. Vor allem bist du ja dann auch total in Vollzug. Also, ich meine, 19. Mai, dann danach Gespräche führen, bleibst du, gehst du, wer kommt, wer geht. Also, es ist ja auf dem Markt auch einfach, sag ich mal. Eben, du müsstest ja theoretisch gesehen eigentlich jetzt schon, die drei wichtigsten Spieler müsstest du eigentlich jetzt schon unter Dach und Fach haben. Also, die müssten jetzt schon sicher sein. Und es kommen ja auch schon die ersten Gerüchte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Eintracht nicht schon weiß, wer Trainer wird. Und vielleicht ist es ja auch ein Trainer, wo wir es noch nicht sagen dürfen und es anders als andere auch nicht machen, weil dort keine Unruhe entstehen soll. Kann ja auch was sein. Also, im Chat haben sie gerade eben geschrieben, dass in der FR wohl heute drin stand, dass vor dem Pokalfinale kein Trainer announced wird. Also, gut. Ich hätte es mir gewünscht. Mir hätte es tatsächlich emotional was gebracht, aber so what. Aber vor Pokal kommt jetzt halt auch erstmal noch hier dieses Schalke-Ding. Also, wir hatten ja schon gesagt, eigentlich müsstest du, oder was heißt eigentlich, du musst mit voller Mannstärke dahin und musst auf Risiko und auf Sieg spielen, weil das ist das Ergebnis, was wesentlich wahrscheinlicher ist. Und Pokal ist der weitere Bonus-Track oder die Bonus-CD, wie auch immer wir das sehen wollen. Und da ist alles möglich, aber auch wiederum nichts. Von daher müssen wir uns jetzt da an dem Platz Hashtag 7 einfach irgendwie festhalten. Sind aber auch extrem davon abhängig, wie die anderen spielen. Sollen wir vielleicht erstmal das Eintracht-Ergebnis tippen und dann mal noch gucken, wie die Konkurrenz so spielt. Dann hätten wir es einmal rund. Ich tippe 1-1. Du tippst nicht auf Schalke. Das ist ja sehr optimistisch. Alice? Ich bin auch beim 1-1. Ja, ich sag Arschlecken, wir gewinnen 0-1. Ganz eklig, abseits, 8 Meter drin, keiner guckt. Dem Videoreferee haben sie vorher irgendwie das Mikro geklaut. Alles egal. Ich glaube, Schalke schießt auf jeden Fall ein Tor. Ja, das kriegen sie, aber das wird nicht gegeben wegen unberechtigter Abseitsstellung oder sowas. Also irgendein Fuck-up mit dem Videoschitz-Richter passiert. Da würde ich jetzt schon 5 Wart drauf festsetzen. Was mich richtig nervt an diesem letzten Spieltag ist die Ansetzung, wer Heimspiel hat und wer Auswärtsspiel hat. Es ist einfach, egal wo du hinschaust, schlecht. Was wäre das denn, wenn das jetzt ein Heimspiel wäre gegen Schalke? Wie geil wäre das denn? Das wäre eine ganz andere Situation. Das wäre aber eine sowas von anderer Situation, ganz klar. Aber dann lass uns doch mal gucken, wenn du sagst, die Ansetzungen sind so schlecht, was haben wir denn so alternativ? Wir haben Berlin zu Hause gegen Leipzig. Für Berlin geht es eigentlich um nichts mehr. Die goldene Ananas. Ja, das ist da, ich glaube in Berlin weiß man nicht mal, wie man anderen was schreibt. Also denen ist es vollkommen egal. Für Leipzig geht es halt schon noch um irgendwas. Und wenn es auch da nur die goldene Ananas ist, also die werden sowas von gallig sein? Das weiß ich gar nicht. Das ist ein typisches Sommerfußballspiel. Das gewinnt die Hertha am Ende 2-0. Deswegen will ich auch, dass die Eintracht voll da ist. Dass wir nicht am Ende dastehen und denken, Alter, Leute, was ist denn? Ich hätte jetzt 1-1 getippt. Ich glaube, RB hat zwar jetzt gegen Wolfsburg ganz gut gespielt, ist aber jetzt auch nicht so schwer. Sorry, Wolfsburg. Aber so die Hertha zu Hause ist irgendwie ganz stark. Die ist ein bisschen eklig. Ich würde das auf Unentschieden sogar tippen. Okay. Ich glaube nicht, dass das so klar ist. Ich glaube es nämlich auch nicht, weil anders als hier ist der sehr kurzen Zeit, ist denen die Euroleague auch schon lästig, glaube ich. Ich glaube, die sehen sich als Champions League. Ich glaube, die Stimmung dort ist sehr schlecht. Und ich glaube, die Spieler sind nochmal mehr mit den Köpfen woanders als unsere. Also die, ich glaube schon, dass dort einige Umwälzungen geben wird. Der Trainer wird wahrscheinlich nicht bleiben. Dann gibt es, Forsberg hat auch schon was getwittert, dass er wahrscheinlich geht. Ich glaube, und die haben, glaube ich, nicht so eine tiefe Verbundenheit mit diesem Verein, dass sie denken, ja, dann schießen wir die wenigstens zum Abschied nochmal in die Euroleague. Weil, glaube ich, Rangnick bedeutet das auch nicht so viel. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen baden geht und diese Eskalation fortführen wird, die so ein bisschen gestoppt wurde durch dieses Spiel gegen Wolfsburg. Also, ich glaube, die Hertha, um Dardai, ein bisschen Vertrauen will ich da auch in ihn haben, dass er kein Trainer ist, der in der Mannschaft erlaubt, das letzte Spiel krass abzuschenken vor heimischen Fans. Zu sagen, okay, Leute, die Saison war für unsere Fans auch nicht so einfach, weil wir auch so ein bisschen Ups und Downs hatten und jetzt nicht die unfassbar Beste gespielt haben. Verabschiedet euch wenigstens. Und ich glaube nicht, dass Leipzig in Berlin auch sehr, sehr beliebt ist. Also kommt das auch nochmal dazu. Das ist ein Spiel, wo ich mir durchaus, das ist eigentlich das, wo ich mir am meisten Hoffnung mache. Dass das das Spiel ist, was zu unseren Gunsten läuft, eher noch als unseres und die anderen beiden jetzt, zu denen du jetzt kommst. Ich wollte jetzt mit Mainz gegen Bremen weitermachen, weil das als nächstes hier in der Liste bei mir steht. Darf ich noch was fragen? Mainz gegen Bremen, René. Doch, also René, Mainz gegen Bremen, wenn du mich jetzt hier aufgeweckt hast, um über dieses Spiel zu reden, muss ich mich leider wieder hinlegen. Das ist auch ein Wurschspiel, oder? Ja, eben, deswegen. HSV Bremen, Gladbach. Gladbach. Das ist ein bisschen interessanter. Das ist definitiv interessanter. Ja, also sie müssen beide mit offenem Visier spielen, aber für mich hat Gladbach momentan halt einfach mehr die Qualität. Also das ist halt auch wieder so ein... Also entweder geht es 0-0 aus oder Gladbach gewinnt 3-0. Ich habe 1-1 getippt. Aber eigentlich glaube ich, dass der HSV zu Hause mit den eigenen Fans da irgendwie sich nochmal den Arsch aufrappelt. Ja, also stell dir mal vor... Eigentlich geht es auch nicht. Stell dir mal wirklich vor... Keine Ahnung, Wolfsburg führt irgendwie ziemlich früh und am Ende gewinnt Köln noch 3-2. Und der HSV hat das irgendwie... Also eigentlich muss das wirklich... Ich hoffe auch, dass sie es machen. Ich glaube auch, dass der Titz da die Einstellung von denen kriegt. Ja, dass sie sich nicht selber was vorwerfen wollen. Stell dir das mal wirklich vor. HSV lässt dann, weil die hören die 5-2-0, lassen es dann irgendwie schleifen. Und am Ende dreht... In Freiburg hätte Köln das Spiel ja fast auch noch gedreht. Und dann drehen die das dort. Und dann hast du am Ende nur 1-1 gespielt. Oder 2-1 verloren. Und hast dann wirklich in der zweiten Halbzeit nicht mehr alles gegeben, weil du nicht mehr dran geglaubt hast. Also ich glaube, die sollten vorheimischem Publikum, zumindest auch für ihre Fans, denken, okay, wir probieren unseren Teil jetzt noch zu erfüllen nach dieser Niederlage in Frankfurt. Und dann am Ende können wir es nicht mehr beeinflussen. Dann können die Leute sagen, okay, ich habe es noch mal probiert, hat nicht geklappt, ist vielleicht auch besser. Jetzt ist der HSV abgestiegen, jetzt haben wir es hinter uns. Jetzt haben die auch die Helme dann endlich hinter sich und so ein Kram. Aber eigentlich sollten die schon zu Hause, und die haben auch zu Hause Schalke besiegt. Die haben zu Hause, glaube ich, auch gegen Hoffenheim gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Die haben schon als ein oder andere Halbspiel die Saison gehabt, wo du sagst, okay, könnten die eventuell schaffen. Und ich schätze Gladbach gar nicht so stark ein wie die meisten. Ich finde die gar nicht so stark. Ich finde, die spielen eine durchschnittliche Saison mit einem durchschnittlichen Trainer. Ja, ich weiß nicht. Klar können die jetzt wahrscheinlich noch mal auf diesen Europa-Pokalzug aufspringen, aber das wird dann nicht die Leistung von Gladbach sein, sondern das ist dann die fehlende Leistung von uns. Und oder, keine Ahnung, vielleicht Rutschleipzig auch noch raus. Das ist dann wahrscheinlich so. Also geben wir mal davon aus. Stuttgart ist auch ein ernsthafter Kandidat, sorry. Diese Bundesliga ist echt ein Schmutzhaufen. Wenn Stuttgart nach dieser Saison jetzt noch mal so krass da reingeprettet ist, das ist schon, ich weiß nicht, naja, gut. Also geben wir davon aus, dass der HSV das Ding eigentlich gewinnt. Ja, ich glaube, das wird so ein Skandalspiel. Mit 15 Videoschiedsrichterentscheidungen, 18 roten Karten, keine Ahnung, irgendwie so. Das wird so ein Spiel, da wird man noch lange drüber reden. Das ist halt auch letzter Spieltag. Das dürfen wir bei der Bewertung von diesen ganzen Spielen nicht außer Acht lassen. Das ist so dieser verrückte letzte Spieltag. Alles ist gleichzeitig, das Wetter ist gut. Und manchmal schätzt man das ja auch falsch ein, dass man denkt, manchmal sind die Spiele gegen Vereine, wo es eigentlich um nichts mehr geht, ja auch manchmal sogar noch schwerer. Also, dass du denkst, okay, bei Freiburg hätte ich zum Beispiel, und der David hat es auch bei 93 gesagt, der hat richtig Schiss, gegen Augsburg zu spielen. Weil das ist ja auch ein Gegner, der dir, das ist ja auch unangenehm dann, weil du ja gar nicht weißt, wie die auftreten. Lassen die es jetzt schleifen, oder ist es für die sogar ein psychologischer Vorteil, befreit aufspielen zu können? Das sind ja diese verschiedenen Sachen. Und dann, deswegen kann man es gar nicht einschätzen. Deswegen kann, es kann auch passieren, dass die Eintracht 3-0 auf Schalke gewinnt, plötzlich. Was am Allergeilsten wäre, wenn wir 17-0 da gewinnen würden, und dann noch in die Champions League kommen, wenn Größe. Ja, ich glaube, das wäre noch ein bisschen, ein bisschen das realistische Szenario. Wenn das passiert, ey, wenn die Eintracht am Ende wegen dem Torverhältnis nicht in die Champions League kommt, Leute, dann weiß ich auch nicht, ob ich mich nicht erst eine Woche später über die Euroleague freuen kann. Weil dann werde ich unwillkürlich anspiele, wie zu Hause gegen Berlin denken, und zu Hause gegen Offenheim, und, 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 und. Bremen. Ja, Radecki wirft die Champions League ins Tor, quasi in Bremen. Gute Nacht, das will ich gar nicht. Oh Mann. Nee, aber. Dann denkt doch jetzt lieber mal über Bayern gegen Stuttgart nach. Ja, das werden die ganzen Negronen aufsetzen, wenn die Bayern nicht gegen Stuttgart gewinnen. Also, ja gut, Bayern wird wieder massiv Wettbewerbsverzerrungen Also, die haben uns ja schon mal ein bisschen angebumst, aber dann haben sie uns richtig durchgefickt, wenn die jetzt zu Hause gegen Stuttgart verlieren. Also, Leute, das werden die, glaube ich, auch nicht machen. Das machen die nicht. Das ist die Meisterfeier. Genau. Werden da sich nochmal von den Fans anständig verabschieden. Jetzt konnten sie sich nicht irgendwie mit Champions League oder Finale verabschieden. Also, ich glaube, die machen da nochmal hier volle Kapelle und nehmen dann Meister. Also, ich glaube, das wird so ein klassisches Bayern-Spiel. Die liegen 0-1 zurück und am Ende gewinnen die das Ding irgendwie 3-1 oder sowas. Ja, da bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass dieser Zittermoment wird kommen, weil dann plötzlich steht es 0-1, Gomez, und dann, ja, dann regeln die das schon. Davon gehe ich eigentlich auch aus. Weil ich glaube, anders als wenn das Champions-League-Finale noch voller Ding ist, ich glaube, das Pokalfinale wird nicht dazu führen, dass der ein oder andere Spieler nachdenkt, oh, hoffentlich verletze ich mich jetzt nicht vor dem wichtigen DFB-Pokalfinale. Ich glaube, das verhindert bei denen, dass sie sich irgendwie früh auf die WM konzentrieren können. Ich glaube nicht, dass das so einen Stellenwert dort hat. Aber ich gehe auch davon aus, also Stuttgart, wenn alles normal läuft, sollte Stuttgart uns nicht mehr gefährlich werden. Die wollen ja aber auch nicht. Das wird ein Fan-Duell zwischen Gladbach und Frankfurt werden. Und das wird sehr, sehr spannend, weil beide, ja, die einen haben einen Gegner, für den geht es noch um alles, der ist aber schlechter. Wir haben einen Gegner, der ist besser, aber für den geht es um nichts mehr. Keiner von uns weiß, was besser ist. Ich habe keinen Plan. Also das wird, ich hoffe nur nicht, dass das zu anstrengend wird, dass sich das während dem Spiel auch noch 80 Mal ändert und ich tausendmal auf mein Handy schauen muss und keine Ahnung was. Kennt ihr diese Momente, wo dann plötzlich so dieses Tor verbreitet sich dann im Block und dann manchmal stimmt es auch nicht. Es gibt ja auch so Kandidaten, die dann irgendeine Scheiße im Block erzählen. Ja, ja, die HSV führt und dann denkst du, ja, ja und dann stimmt es gar nicht. Das wird durch den Videobeweis ja nochmal schlechter, weil wir hatten das ja jetzt auch mit dem Tor. Das verbreitet sich ja mittlerweile und bei den Live-Tickern, die stehen ja auch vor dem Problem. Du bist im Stadion, guckst auf dein Handy und dann sagt einer, ja, Tor und bla bla bla. Eine Minute später, kommt der, ja, nee, ist schon wieder weggenommen worden. Das ist ja auch in diesen Live-Ticker-Apps mittlerweile so. Du nicht mal mehr weißt, ob das Tor überhaupt noch fünf Minuten Bestand hat. Das könnte ein sehr interessanter letzter Spieltag werden, aber ich will es mal sagen, ich bin ja auch immer sehr pessimistisch, aber dieses Szenario, mein Himmel könnte voller Geigen hängen, weil alles, was mich nach der Eintracht interessiert, ist, ob Wolfsburg in der Bundesliga bleibt. Und wenn die auch noch absteigen, dann könnte es echt, für mich zumindest emotional, eine sehr erfolgreiche Saison werden. Die spielen am letzten Spieltag gegen Köln, der Hidden-Tracker. Die reißen halt sowieso auch irgendwie nichts mehr. Ich glaube, Köln ist gerade auf einem absoluten Höhlenflug. Die werden sich da nochmal richtig reinhängen. Das weiß ich auch nicht. Meinst du nicht? Also, aber Wolfsburg ist so schlecht. Das ist es ja. Die sind so schlecht. Ich habe es damals schon im Rasenfunk gesagt. Ich finde, die zeigen einfach nichts an Emotionen. Also, da ist irgendwie nichts. Und jetzt hat er ja auch nochmal irgendwie gegen Kassig umgestellt. Also, irgendwie sehe ich da gar nichts. Und auch nicht diese Abstiegskampf angenommen. Purer Kampf oder sonst irgendwas. So was, was die anderen Mannschaften da unten noch wenigstens haben. Boah, also, Köln wird, ich glaube, das wird so ein Unentschieden, um ehrlich zu sein. So, Buh. Köln zeigt den Auswärtsfans nochmal irgendwie ein bisschen gute Laune und so und bedankt sich nochmal anständig und Wolfsburg stolpert irgendwie noch einen rein. Ich hoffe, es ist so sehr Ja, aber nach unserer Konstellation, selbst wenn wir sagen, der HSV gewinnt und Wolfsburg spielt unentschieden, dann ist Wolfsburg in der Relegation und damit werden sie wahrscheinlich dann drinbleiben. Also, Köln muss denen halt schon vors Bein treten. Köln muss dort gewinnen. Fertig. Ja. Köln muss gewinnen, der HSV muss gewinnen und die Eintracht muss gewinnen und Leipzig muss verlieren, dann ist alles in Ordnung. Kann ja wohl jetzt mal passieren, der Fußballgott kann sich auch mal bei uns entschuldigen. Ja, also, nach dem, was wir jetzt bislang so gesagt haben, wären wir doch recht beruhigt dann noch mit Platz 7 durch. Es sei denn, die Hertha mogelt halt doch irgendwie gegen Leipzig einen mehr rein, dann sind wir sogar auf Platz 6 und dann ist sowieso Freude schöner Götter funken. Das wäre die Premium-Lösung. Die Eintracht wird 6 und Wolfsburg steigt ab. Das wäre geil. Ich habe immer noch Angst vor dem Am-Ende-Achter. Ich auch. Das ist es ja, aber das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, Alice. Das ist genau das, wir wissen es immer noch nicht. Und ich habe eigentlich immer gedacht, ja, am 26. Spieltag, am 28. Am 30. Wissen wir langsam, wo die Reise hingeht. Nee, wir wissen immer noch gar nichts. Ja, aber wo kommen die denn auch alle her, der VfB Stuttgart? Ja. Das war noch die Hertha da. Aus der 2. Liga kommen die. Ja, was soll das denn? Dieser Murksdauer mittendrin. Das ist doch irgendwie. Das ist auch so. Das ist auch unnötig, dass der Stuttgart, wenn ich an das Spiel von uns in Stuttgart denke, das müssen wir auch nicht verlieren dort. Ich glaube, jeder, der gegen Stuttgart spielt, fragt sich am Ende, wie konnten wir das verlieren? Da waren so viele Spiele dabei, die wir nicht hätten verlieren dürfen. Da waren da auch ein paar dabei, die wir gewonnen haben. Ja, genau. Aber ich glaube zum Beispiel, der VfB Stuttgart, der hat gar keinen Bock auf international. So, das ist denen alles viel zu früh. Die haben jetzt Korkut, das ist irgendwie überraschend, dass sie überhaupt da gelandet sind. Die wissen auch noch nicht so ganz, wie gehen wir denn eigentlich in die Saison und was passiert eigentlich, was ist mit Mario und ich weiß nicht, ich glaube, die wollen nicht. Und beim FC Bayern hier Sommerfußball-Lauer-Kick in München. Das ist mehr schlechter als wir in München, können sie nicht sein, aber ich glaube, da geht nichts mehr. Ich hoffe. Der HSV und schon wieder hängt es im HSV, ich sage es euch. Gerettet vom HSV. Ja, kann sie auch keinem erzählen. Oh Mann, oh Mann. Es wird am besten spannend. Wenn wir einfach auf Schalke, dann brauchen wir uns überhaupt so ein Kram gar nicht Gedanken machen. Ja, das wäre wichtig. Vielleicht schon einfach so nach 20 Minuten 3-0, dass man beruhigt sein kann. Ja, kannst du bei deinem Trats auch nicht. Ja, ich weiß, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das wird so sein, dass wir irgendwie in der 10. Minute irgendwie ein glückliches 0-1 schießen und dann uns 80 Minuten durch dieses Spiel am Rande des Nervenzusammenbruchs durchfiebern müssen, weil wir das Ergebnis versuchen zu verwalten, bis zum geht nicht mehr. Und dann kommt die Rache fürs Halbfinale der DFB-Pokal. Also die Schalke haben ja schon eine Rechnung offen, gell? Ja, ja, natürlich haben wir eine Rechnung offen. Und zu Hause da ist immer noch ein Naldo. Ja, und der hat es dir auch angetan. Ja, klar. Hast du eigentlich auch Lieblingsspiele in der Fußball-Bundesliga? Ich? Ja. Muss ich mir jetzt mal kurz überlegen, ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ja, ich finde, es gibt schon ein paar geile Spieler. Ich mag Thiago von Bayern, den finde ich geil. Ich würde gerade sagen, es ist aber kein Schalker dabei in deiner Top 5, oder? Ja, doch, Goretzka ist schon ein guter Spieler, das kann ich auch erinnern. Wir können ja froh sein, dass er der Bundesliga erhalten bleibt. Ja, deswegen bin ich ja auch so dankbar an Karl-Heinz-Hummenigel, dass er dem... Ja, dann spielen ja zwei Lieblingsspieler jetzt beim FC Bayern. Ich finde, Guido Burgstaller ist auch ein interessanter Spieler, finde ich auch. Ich kann das schon zugeben. Naldo ist natürlich auch ein guter Verteidiger, aber ich hasse ihn halt. So eine Hassliebe, oder? Wenn der bei dir spielt, ist der geil, wenn der bei einer anderen Mannschaft spielt, dann hast du den. Und wenn ich beim Rasenfunk eingeladen bin und soll über Naldo reden, probiere ich es auch einigermaßen objektiv zu machen. Ich habe auch beim Rasenfunk, glaube ich, gesagt, dass das der Mosaik-Transfer von Heidel war, den so alle ein bisschen unterschätzt haben. Ja, hast du gesagt, ich war sehr irritiert. Dass der das zusammenhält. Also ich kann mich durchaus für geile Fußballer begeistern. Aber es gibt natürlich auch eine, die der wie Selke ist in der Bundesliga, also es ist so ein bisschen... Es ist aber leichter über Hass zu reden. Ich verstehe das schon. Ja, definitiv. Definitiv. Darf ich da nochmal ganz kurz eingrätschen und apropos Liebe. Ich habe sehr viel Liebe für Haller gehabt. Der hat auch gut gespielt, ja. Ja. Der Pass war auch geil. Der Pass war mega. Alle Pässe. War doch auch eher beim Pass auf Willems vorm 2-0, oder? Ja, der macht... Also der ist schon... Der sieht manchmal so unbeholfen aus, wenn er so die Bälle vertändelt, weil er so groß ist. Aber der kann schon geil kicken eigentlich. Der hat eine gute Technik. Der verspringt kaum Bälle. Also... Ich war ja immer ein bisschen... Ja, ich habe auch verstanden, dass Jovic zwischensichtlich gespielt hat. Aber ich wäre froh, wenn er nächstes Jahr auch noch da ist. Ich glaube, da ist noch was drin bei ihm. Also ich mag den auch noch. Immer noch. Grüße. Ja, ich glaube, jetzt können wir ihn eh nicht mehr für 20 Grad verkaufen, deswegen. Das haben wir schon. Ja, jetzt denke ich die ganze Zeit darüber nach, welche Spieler mir gefallen. Mario Götze mag ich auch. Die Bonus-Folge sehen Sie in Ihrem eigenen Podcast. Bailey, Bailey ist auch ein geiler Spieler. Henrich, Jonathan Tah, Alter. Jetzt gibt es los. Jetzt ist es super, Alicia, hast du was angerechnet? Der hört von Moje Fröhne mal auf. Ich mochte sogar mal einen Wolfsburg-Spieler. Ich mochte sogar Edin Dzeko so sehr. Ja. Ja, der ist aber auch gut. Ich mochte auch den Bräune damals, aber ist halt auch durch. Bräune mag ich immer noch, der ist geil. Das ist wahrscheinlich mit einer der besten Willkriege. Super, jetzt sind wir in der Premier League angekommen. Was habe ich getan? Wir haben einen Monster geschafft. Machen wir. Ich weiß, wie wir Basti wieder runterkriegen. Gerüchte, Bobic wechselt zu Wolfsburg. Was ist eigentlich mit Wolfsburg los? Ich habe gerade eben im Chat noch gesagt, wir thematisieren es nicht, aber wenn das Basti runterholt. Runter? Ja. Die von Origi finde ich auch geil von Wolfsburg. Oh, genau. Möchtest du noch Mali und Didavi von Wolfsburg holen, wenn die absteigen? Nee, die beiden sind mir, Didavi ist mir zu verletzungsanfällig und Malis Körpersprache gefällt mir nicht. Die mag ich nicht. Muto von Mainz finde ich auch ganz interessant. De Pablo de Blases. Nein, das kann ich dem Axel nicht. Ich wollte gerade sagen, da spricht Axel nie wieder ein Wort. Das geht nicht. Der Axel hat sich gerade ein bisschen an die Eintracht gewöhnt, das können wir dem Axel so früh noch nicht antun. An dieser Stelle endet 93 für immer wegen Breit. Die Eintracht sollte sich mal um Grifo bemühen. Grifo ist geil, ja. Aber der spielt auch nicht defensiv. Stindl ist auch ein geiler Spieler, mag ich auch gerne. Jetzt geht es hier richtig los. Ja, aber Alice hat sich provoziert. Das steht. Guck dir heute nackt an, Guck dir heute nackt an, mir ist noch alleine gefahren. Ich mache morgen früh auf mit so 88 Direct-Nachrichten bei Twitter. Der ist auch geil. Doch nicht, der. Ja, also Kaderplanung wird ja auch nochmal ein spannendes Thema für uns werden, aber das steht und fällt jetzt auch einfach mit dieser Trainer-Thematik. Und momentan wird da so viel gerüchtet von Spielern, die kommen, von Spielern, die gehen. Das sind alles jetzt irgendwie, finde ich, so halbgare Dinger. Da kannst du nichts von ernst nehmen gerade. Leider nein. Ich hätte gerne irgendwas, was man schon, wo man sagen kann, in welche Richtung es geht, weil ich habe so ein bisschen Angst, das, worüber wir auch immer geredet haben, so Bobic, vertrauen wir ihm oder vertrauen wir ihm nicht? Und eigentlich sah es jetzt ganz gut aus, dass man ihm vertrauen kann. Und jetzt so in dieser Umbruchssituation ist es jetzt doch so ein bisschen die Frage, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Und da hätte ich gerne mal so einen Transfer, um zu wissen, okay, ich brauche Angst, man muss mir Angst machen oder ich kann noch relativ beruhigt mir ein Transferfenster anschauen. Ja, das wird halt jetzt dann auch nochmal gerade spannend, deswegen, weil natürlich auch die Transfers im letzten Sommer natürlich auch gemeinsam mit Kovac entstanden sind. Da weiß man jetzt auch nicht, wie viel Anteil an der Auswahl der Spieler hatte tatsächlich ein Freddy Bovic und wie viel davon hatte ein Niko Kovac. Aber du musst ja jetzt auch, wenn du jetzt noch Spieler zu einem halbwegs vernünftigen Preis irgendwie verpflichten willst vor dieser WM, musst du ja dann auch langsam hier mal Tacheles geben und solange dieser Trainer nicht fest ist, heißt ja, dass auch alle Transfers, die jetzt getätigt werden, allein auf die Kappe von einem Bovic gehen. Gut, Hübner hübt da ja auch noch irgendwo rum, aber das zeigt dann natürlich auch nicht. Du hast gesagt, der hübt irgendwo rum. Was? Der hübt irgendwo rum. Hast du gesagt? Okay. Ich bin so lange, wenn Manga noch da ist, beruhigt. Ich glaube, was ich Bobic, wo ich ihm auch wirklich Unrecht getan habe, wo ich ihm Unrecht getan habe, dass Bobic ist ein guter Mann, der auch delegiert. Der weiß, wenn er selber an seine Grenzen stößt, fragt er halt jemanden, der es besser weiß. Und ich hoffe, einfach, ja, muss ich ihm jetzt vertrauen, was sollen wir machen? Er ist der Letzte, der hier scheinbar bleiben will. Aber ich weiß nicht, ich glaube, man tut ihm mit diesen Gerüchten bei Wolfsburg auch Unrecht. Da kann er ja nichts dafür. Wolfsburg ist ja auch dieser unnötige Scheißhaufen, der egal wie schlecht die in der Saison spielen, die können trotzdem den anderen Feinden die bessere Arbeit leisten, die Spieler wegraufen, weil die trotzdem immer noch ein bisschen mehr Geld haben. Das ist ja auch was Nervig. Du hast ja genau das immer gehabt, die können ja trotzdem zu jedem Verein gehen, egal wie scheiße die sind, und kaufen dann den Leuten, und dann machen die es mit Verantwortlichen auch, dann graben die den an, graben die den an, und haben den hundertsten Sportdirektor und was weiß ich was. Das ist einfach ein unnötiger Verein, deswegen will ich auch, dass er verschwindet, weil das auch für mich nichts mehr mit sportlichem Wettbewerb zu tun hat, wenn die ganz, die bauen seit Jahren Scheiße, die haben aus dieser Meisterschaft 2007 nichts gemacht. Gar nichts. Also das ist ja nicht mal das, weil es wird ja immer erzählt, ja jetzt warte doch mal, die sind ja jetzt neu und da kommen die Fans dazu und Scheiß kommt dazu. Es kommen keine Hoffenheim-Fans und Wolfsburg-Fans dazu, wo sind die denn? Die kommen ja nicht. Das wurde ja immer angekündigt, ja dann müssen die mal bleiben. Nee, das ist, bleibt so, und das nervt mich, dass so ein Verein dann wirklich denkt, jetzt holen wir den Eintracht, den Dings weg. Nee, nee. Da muss Boblitz sagen, eigentlich müsste man denken, was will ich denn bei einem Verein, der nicht mal weiß, ob er nächstes Jahr in der Bundesliga ist. Eigentlich müsste das so sein in einem Wettbewerb, ist es aber nicht. Wir müssen berechtigte Sorgen haben, dass wenn die dem viel Geld zuballern, dass er dann da hingeht, weil er auch weiß, okay, ich muss vielleicht meine aktuelle sehr gute Reputation ausnutzen, weil ich nicht weiß, wie es nächstes Jahr bei der Eintracht läuft, weil du es nie weißt, wie es bei der Eintracht läuft, weil die Eintracht eben nicht so viel Geld hat wie die anderen Vereine und das ist trotzdem auch nervig, aber ich würde ihn da trotzdem noch schützen wollen, er kann da nichts dafür, wenn da irgendein Gerücht auftaucht, weil Wolfsburg, keine Ahnung, sich an Haus hält, die Zähne ausgebissen hat und jetzt an den Nächsten dran muss, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich glaube, das gehört dazu, solange da noch nichts gezwitschert wird, ich habe trotzdem eher, worauf ich echt achten werde im Sommer ist, diese kleinen Transfers von hier, medizinische Abteilung, alle die, das große Team, was Kovac ist ja aufgebaut hat, was ja auch angefangen hat aufzubauen, bevor Bobic da war, so ein bisschen ging das ja schon los und das ist, was ihr sagt, wir wissen es halt nicht, Bobic war noch nicht, also den Trainer Kovac hat er nicht geholt und ich bin gespannt, was er jetzt macht, habe aber trotzdem Hoffnung, weil so jemand wie Ben Manga, den ich hochschätze, das merkst du einfach auch an den Gerüchten, die bei Eintracht rumwabern oder auch manchmal eben nicht und was für Spiele dann geholt werden, das ist schon mehr als Bruchhagen, guckt sich verkatert irgendwelche VHS-Kassetten an, das ist schon was anderes und das sind wir hier nicht gewohnt, deswegen weiß ich es auch über Gebühr zu schätzen und hoffe, dass das so bleibt und das ist ein wichtiges Puzzlestück, weil wenn Bobic dann einfach dafür sorgt, dass wir die richtigen Kontakte haben und das Geld da ist und bla 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 und Sponsoren und mit Hellmann zusammen und dann gibst du ihm einfach und sagst, hier schreib mir zehn Spiele auf und dann gucken wir mal mit dem Trainer zusammen, dann brauchen wir gar keine Angst haben, dass Bobic sich da einmischt und das würde mir eigentlich ganz gut passen, weil als Gesicht der Eintracht macht er sich ja eigentlich ganz gut besser, als ich anfangs dachte, aber jetzt kommt trotzdem auch erst die Phase, wo man das dann vielleicht wirklich abschließend bewerten muss und ich in einem Jahr sagen muss, ey, ich habe Bobic so unfassbar Unrecht getan und meine Angst am Anfang, Bratwurst-Bobic war unberüchtigt, kann man jetzt aber auch noch nicht sagen, es wird jetzt darauf ankommen, jetzt ist nämlich diese Phase, wo eben nicht alles einigermaßen läuft, sondern jetzt ist die Phase, das wird sich seinen Charakter zeigen, oder? Genau, genau und auch wie er arbeitet, wenn er jetzt Weinzierl holt und keine Ahnung, was weiß ich hier, wie habe ich in Stuttgart die, also in Stuttgart hat er nämlich auch schon ein paar Merkwürdig Transfers getätigt, das muss man auch sagen, es ist so und ich hoffe, dass er dazugelernt hat und denkt, okay, ich hole mir jetzt einen fähigen Mann dazu, das wird sich zeigen, aber natürlich wird er auch mal einen Fehlgriff haben, aber wir haben auch noch Hübner, ich bin einigermaßen entspannt noch, aber es steht und fällt, wie gesagt, mit der Trainerwahl, aber die ist zumindest, was die Kandidaten, die rumgeistern, da ist keine Vollkatastrophe dabei, Gott sei Dank, also es ist nicht so, dass wir denken, die Eintracht ist wieder so weit, die wird es dann am Ende, genau, Jens Keller wird es dann wahrscheinlich, ja, nein, aber es ist kein Dings, dass du denkst, okay, die Eintracht ist wieder so, von wegen uns fällt gar nichts ein, wir rufen Armin Fehl nochmal an, das gab es ja auch schon hier, also von daher, die Kandidaten, die hier im Gespräch sind, da sind ein paar dabei, die mir gefallen, ich hoffe, dass es einer von denen wird und dann wird es alles einigermaßen gut werden, Grüße an den neuen Trainer. Genau, aber da können wir dann, glaube ich, auch ganz intensiv uns mal, wenn es ernst wird, wie die Gerüchtelage ist, wenn alle Pflichtspiele rum sind und dann steht ja sowieso auch noch eine ausführliche Saisonrückblicksfolge an, mal sehen. Jetzt würde ich sagen, steht erstmal das hier an. Oh, ich bin ein Fan. Danke, danke, danke sehr. Rummenigge, Rummenigge all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. An euch erstmal die Frage, habt ihr einen potenziellen Dummschwätzer, den ihr nominieren wollen würdet? Ihr dürft ihn noch nicht nennen, und ich wollte nochmal fragen, ob ihr einen hättet. Nee. Nee. Ich auch nicht. Dann müssen wir wieder ganz auf unsere Hörer vertrauen. Da muss ich es ja auch erstmal loben, unsere Hörer, weil das, was wir letzte Woche gesagt haben, ist auch eingetreten. Wir erinnern uns noch an letzte Woche, was wir da so an Kandidaten auf der Liste hatten. Unter anderem dieses wunderbare Youngstar-Video der DFL. Wir erinnern uns alle mit großem Schrecken daran. Ich habe es mir nicht angeschaut. Bitte was? Do it! Das ging nicht. Das ist auch mein Lieblingsspieler. Das konnte ich mir leider nicht antun. Okay. Jedenfalls hat dieses wunderbare Video mit knapp 40 Prozent hier den ersten Platz belegt in unserer Liste von letzter Woche. Damit hat die DFL mit diesem Ding wenigstens einen Preis abgeräumt. Ja. Und dann können wir mal gucken, was wir da diese Woche auf der Liste haben. Und da sind auch wieder ein paar wunderbare Raketen mit dabei. Dem hierbei finde ich übrigens auch einen geilen Spieler. Die erste Nominierung ist uns von so vielen geschickt worden, dass ich jetzt nicht alle Namen aufgelistet habe und habe einfach den ersten nur mal aufgeschrieben, der sie uns geschickt hat und zwar chris-76-SGE und zwar wird nominiert Berti Vogts, der sagt, wir sind alle daran schuld, dass die Bayern rausgeflogen sind, weil wir sie in der Bundesliga nicht genug fordern. Ja, Berti gibt dem Hahn eine Möhre extra. Er hat unser Leben gerettet. Ganz ehrlich, was ist der denn, Alter, dass es den überhaupt noch gibt? Das sind so Leute, die müssen sich dann einschalten, damit die Leute nicht vergessen, dass sie auch noch da sind. Also was ist das für eine Aussage? Die Bundesliga ist da dran schuld, bla bla bla. Ja, ich weiß nicht, völlig unnötig. Ja, da hätte sie Bayern schon mal ein bisschen mehr fordern können, Basti. Was? Ja, nee, aber was soll das heißen? Soll die Bundesliga, also was, ich weiß nicht, wenn du so eine Aussage tätigst, musst du ja theoretisch irgendwie eine Schlussfolgerung auch noch im Koffer haben. Was soll das sein? Also was will der dann von mir, wenn ich jetzt verantwortlicher von Eintracht bin, sag ich dir, okay, ich lasse mich auf dein krudes Argument ein, was willst du jetzt? Was willst du denn jetzt? Ja, danke, geh weiter. So, also was ist denn? Ich kann doch da gar nichts rausziehen. Was soll mir das denn sagen? Sollen die Bayern uns jetzt Geld schenken oder was? Oder sollen die uns nicht den Trainer wegkaufen? Oder, 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 oder. Also Dortmund hat sich bestimmt nicht ausgesucht, dass irgendein Geisteskranker den Bus in die Luft sprengen will. Was soll das heißen? Was soll das heißen, Berti Vogts? Dann soll er es mir erklären. Wie soll man das denn regeln? Die Bundesliga, sollen die Vereine dann denken, oh komm, wir geben jetzt gegen Bayern alles, lassen die aber gewinnen, damit es denen gut geht. Also ich verstehe nicht, was er, was daraus abgeleitet werden soll. Also von daher ist er zu Recht hier nominiert worden. Grüße an Hörer. Ja, an viele Hörer. Es kamen wirklich sehr viele Einsendungen damit. Die zweite Nominierung, geschickt von unserem Hörer oder Hörerin, Eintracht-2102 und zwar Max Mayer, der sagt, beim Wechsel geht es eben nicht allein um Geld, sondern auch darum, weil er sich nicht wohlfühlt, weil er wird gemobbt. Der arme Kerl. Ja, weiß ich gar nicht. Ich bin, ich habe es schon bei 93, glaube ich, ich bin in der Causa, ich bin sogar eher Team Mayer. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass da, dass sie den nicht mehr so nett behandelt haben, als er gesagt hat, oder beziehungsweise als die Gehaltsforderungen zu hoch waren. Ich glaube einfach, dass Max Mayer tatsächlich denkt und das auch von seinem Berater so mitkriegt, aber ich erinnere daran, der war ziemlich früh in einem Werbespot mit Yaya Touré, wo sich jeder gewundert hat, da hat er aber noch gar nicht so viel gebracht. Ich glaube, die wollen den halt so aufziehen, hat die Saison sich auch einigermaßen in die Mannschaft gespielt und dann, als er gesagt hat, ja, nee, ich will ein bisschen mehr Geld oder Heidel wollte, glaube ich, auch den Einfluss, was ich auch verstehen kann. Ich kann in der Causa beide Seiten verstehen, aber ich habe da irgendwie keine Präferenzen. Heidel will, glaube ich, den Einfluss von Wittmann ein bisschen drosseln, was ich gut finde auch, weil wenn du dann eine Mannschaft hast, wo sieben Spieler von einem Berater sind, dann bist du, glaube ich, schon zu sehr von dem abhängig. Wollte da vielleicht auch so ein kleines Statement setzen, weil er auch jetzt da sich so ein bisschen Respekt verschaffen muss und das halt nicht alles so laufen kann, wie das auf Schalke vielleicht die vergangenen Jahre war. Ja, und dann gibt es halt solche Opfer, will ich es jetzt mal nennen, Kollateralschäle wie Max Meier, die dann quasi genau in dieser Causa an die zwischen die Fronten geraten. Ich warne aber davor, was mich ein bisschen irritiert hat, dass er derart verteufelt wurde in der Öffentlichkeit, weil wir alle trotzdem nicht genau wissen, was dort kommuniziert wurde. Also weiß ich nicht genau, vielleicht wurde er wirklich nicht so gut behandelt, als er gesagt hat, nee, das ist mir zu wenig Geld und dann wechsle ich halt ablösefrei, weil das ist ja auch schon passiert. Also ich erinnere daran, als Toni Kroos und Michael Ballack dann plötzlich gesagt haben, dass es noch bessere Feinde als Bayern gibt, da haben die auch so getan, als wenn Toni Kroos ein Arschloch und ja, ich glaube, Toni Kroos ist ein bisschen besser als die meisten Spieler, die beim FC Bayern gerade spielen. Grüße. Ich weiß es nicht, vielleicht fliegt das denen auch noch um die Ohren. Ich weiß nicht, was Max Meier jetzt vorhat. Ja, Mobbing ist halt auch immer so ein schwieriges Thema. Man weiß es natürlich, kann natürlich auch sein, dass er das nur so empfunden hat. Das sind ja dann auch wieder so Sachen. Ja, es kann aber auch sein, dass da einfach auch viel Wahres drin ist und man es vielleicht auch irgendwie von außen dann gar nicht so wahrnimmt, wie du schon gesagt hast. Das ist halt auch schwierig. Ich frage mich immer, ob man sowas, das Ganze dann auch in der Öffentlichkeit irgendwie so breit treten muss und dann auch jeder noch irgendwie seinen Senf in einem Interview dazugeben muss und so von allen Beteiligten. Ich glaube, der ist einfach nicht so gut beraten derzeit und ich glaube, das würde ihm auch helfen, wenn er sich da so ein bisschen aus der Öffentlichkeit rausnimmt und nicht noch seine Sachen dazu sagt und auch Heidel und der Berater sollten vielleicht auch einfach intern sich streiten und nicht noch immer der Presse irgendwas zuschieben. Ja, ich finde aber auch, ich kann ihn da verstehen. Wenn ich das Gefühl hätte, ich werde jetzt hier als Arschloch dargestellt, obwohl ich vielleicht bei irgendwelchen internen Vorgängen andere Ansichten habe, dann würde mir auch, glaube ich, irgendeiner Kragenplatz und sagen, die Leute, ganz ehrlich, jetzt mal ganz ruhig bleiben. Ich bin hier nicht das einzige Arschloch. Vielleicht war das seine Intention. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, was abgelaufen ist. Das Ding ist, ich kann es mir aber vorstellen, weil Heidel ist auch nicht immer der Einfachste. Also, wenn der sich irgendwas durchsetzen will, dann zieht er das auch so durch, wie er das will. Ich weiß es nicht. Von daher, wir wissen noch nicht, was zu Gesprächen mit dem Trainer stattgefunden haben und so weiter. Also, von daher, wie die Alice es gesagt hat, eigentlich sollten die Leute sich doch in Ruhe, das dann spielt halt nichts mehr woanders. Mein Gott, also da ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Da hat jetzt niemand umgebracht. Naja. Würde ich aber wahrscheinlich als Schalke auch anders sehen. Das ist es ja. Man muss auch mal ein bisschen mehr für Verständnis werben, wer sich in welcher Situation aufregt. Natürlich regt sich ein Schalke anders auf als ich und ich kann das vielleicht ein bisschen emotionslos überurteilen. Genauso wie andere vielleicht nicht verstehen, dass wir uns über Kovac aufregen. Also, es ist halt einfach so im Fußball und meine Güte, das sollte man auch akzeptieren. Ich wollte gerade sagen, da würde ich auch, ich glaube, das war auch so ein Punkt, den du in der letzten 93-Folge hattest. Es ist vollkommen okay, wenn jeder eine andere Meinung hat und man muss auch nicht krampfhaft immer versuchen, alle auf dieselbe Meinung zu bringen. Das darf auch jeder gerne anders sehen und von daher ist das auch alles vollkommen okay. Was man nicht so sehen darf, ist der Kandidat von unserer nächsten Nominierung wieder mit sich bringt und zwar nominiert von unserem Hörer oder Hörerin Ali Yaseas, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und zwar wird da nominiert Karl-Heinz Rummenigge, der natürlich nach dem Ausscheiden aus der Champions League die Schuld wieder beim Schiedsrichter sucht. Das sind immer die Schiedsrichter. Nie, dass man es zweimal irgendwie verbockt hat. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Karl-Heinz Rummenigge sagt, der Schiedsrichter ist schuld daran, dass der FC Bayern im Halbfinale der Champions League ausgeschieden ist. Ja, ach, da will ich doch noch, ich habe doch noch einen Domschwitzer, das fällt mir jetzt in der Causa ein. Das wurde ja nicht nur auf den Schiedsrichter losgegangen, sondern auch die ganzen Affen, die auf Lewandowski losgehen. Pit Gottschalk vor allem voran. Von der 180 Minuten hat er nicht ein Tor geschossen und so, wie ganz alte Leute. Ich weiß nicht, das geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack. Ich finde, Lewandowski ist mir noch einer der besten Schürmer der Welt, aber auch hier gilt, ich kann den Bayern-Fan verstehen, der dann enttäuscht ist, dass er in diesen Spielen nicht unbedingt das liefert, was man sich vielleicht von ihm erhofft, aber ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen zu übertrieben, diese Niederlage jetzt am Schiedsrichter oder Lewandowski festzumachen, kann man machen, würde ich vielleicht als Eintracht-Fan dann in der Situation auch machen, wenn es Eintracht passiert, aber man kann vielleicht dann aber auch sagen, okay, die Chancenverwertung war nicht die beste in diesen Spielen, also gibt es auch vielleicht einen Ansatz, darüber nachzudenken. Von daher, naja. Ja, nicht nur, dass die Chancenauswertung nicht die beste war, sondern es muss ja, also ich habe es auch, das eine Spiel habe ich in Teilen gesehen und das andere nur in der Zusammenfassung. also zwei von den vier Toren müssen auch nicht so. Ich wollte gerade sagen, man hat ja auch zweimal eine Mannschaft wie Real sehr deutlich dazu eingeladen, da ein Tor zu schießen, also von daher gehören da ja auch andere Dinge mit dazu. Ja. Ich habe mir dann auch noch einen Nominierten aufgeschrieben, ich weiß, es führt jetzt wahrscheinlich nicht wieder zu Diskussionen und es polarisiert auch wieder so ein bisschen, aber ich möchte den Herrn Wasserzieher nominieren, der mir in der Halbzeitanalyse des Eintracht-HSV-Spiels am Wochenende mit dem wunderbaren Satz aufgefallen ist, wenn es abseits war, dann nur ein paar Millimeter und damit ist es keine klare Fehlerentscheidung. Also ich meine mal verstanden zu haben, es gibt bei abseits kein Grau, sondern da gibt es Schwarz oder Weiß, entweder es ist abseits oder es ist kein abseits und dann ist es auch vollkommen egal, ob Millimeter oder Zentimeter, abseits ist abseits. Punkt. Weiß ich nicht, aber war das nicht mal? Ich dachte, bei abseits darf der Videoschicht sich da gar nicht einschreiten, weil es gibt keine kalibrierte Linie. Ich blicke da irgendwie nicht mehr so richtig durch. Die Aussage war, sie sollen, naja, erstmal ist hier die Regel beim Video Assistant Referee, dass bei jedem Tor die Entstehung erstmal sich angeschaut wird. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn ein Tor fällt, ist die Aufgabe des Videoschiedsrichters immer erstmal zu gucken, wie war der Weg davor. Die sollen im Spielverlauf, wenn der Schiedsrichter auf abseits entscheidet, sich nicht so prominent einschalten, sondern im Zweifelsfall das dann eher erstmal irgendwie laufen lassen. Aber in dem Fall war es Tor und bei Tor wird halt geguckt und wenn es halt abseits ist, dann ist es halt abseits. Punkt. Ich verstehe den, aber ich verstehe da den Videoschiedsrichter auch nicht so ganz, muss man ja schon auch dazu sagen, weil es war, also keine Ahnung, 15 verschiedene Perspektiven gesehen und ich würde jetzt nicht sagen, dass man sagen kann, es war klares Abseits oder es war, also ich kann mich da irgendwie nicht so richtig entscheiden. Ich konnte mich da auch nicht richtig entscheiden, wenn man sich aber jetzt eben auch anguckt, wie schnell Aytekin dann schon quasi am Rand vom 16 Meter stehend, 16er stehend dann da diesen Videobildschirm in die Luft gemalt hat, muss ja der Kontakt von Köln da auch relativ schnell erfolgt sein. Also ich würde jetzt auch mal sagen, dass man da jetzt auch nicht irgendwie gewürfelt hat, sondern Ja, aber das Ding ist schon trotzdem, die haben sich das ja auch selber in der Vergangenheit versaut, indem man es nicht weiß. Also es gibt bestimmt Vereine, die sich zu Recht beschweren würden und sagen, ja, aber bei uns wurde das nicht, also das ist Meiner Meinung nach kannst du dich über vieles, was der Videoreferee da momentan macht, beschweren, weil da vieles einfach total unausgegoren ist, die Technik nicht funktioniert und sie im laufenden Test, der es ja immer noch ist, irgendwie 48 Mal die Regeln geändert haben und das 47 Mal nicht gesagt haben. Also da ist eine Menge schief gelaufen. Ja, mich ärgert nur diese Aussage zu sagen, wenn es Millimeter waren, dann ist es keine falsche Fehlentscheidung. Doch, wenn es Millimeter ist, es gibt nur schwarz oder weiß bei Abseits und damit müssen wir halt auch alle leben. Ich finde, der ganze Begriff klare Fehlentscheidung ist halt das Problem allgemein, weil, also das ist eine subjektive Entscheidung. Klare Fehlentscheidung, also bei Abseits ist es vielleicht der einzige Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist kein subjektive Meinung, aber ob es jetzt ein absichtliches oder ein unabsichtliches Handspiel ist oder ob es ein klares Foul ist oder kein klares Foul, ich finde, das ist halt alles so vage und du kannst immer aus dem Auge des Betrachters. Wir würden immer bei Eintrachtsspielen sagen, das war ein klares Handspiel vom Gegner, es muss Elfmeter geben. Der Gegner wird etwas anderes sehen, also ich finde, es ist irgendwie so nicht nachvollziehbar. Ja. Ja, es ist auch müßige Diskussion irgendwie. Ich kann jeden HSV-Fan verstehen, der sich ärgert, der dann sagt, okay, vielleicht war es ganz knapp abseits, aber es gab mit Sicherheit in der Saison auch Szenen, wo das dann eben nicht gemacht wurde. Aber ich sage ja, es ist eine polarisierende Aussage und das war mir auch klar, als ich das als Nominierung da reingeschrieben habe, mir geht es einfach nur um diesen dümmlichen Satz. So, und dann haben wir noch eine Hörernominierung, die kam vorhin per E-Mail und zwar von unserem Hörer oder Hörerin Dessolution Row und zwar wird nominiert Jörg Dahlmann für, Achtung, das journalistische Tiefseetauchen à la carte in der gestrigen zweiten Liga-Konferenz. Ich habe es nicht gesehen. Ohne, dass ich es gehört habe, werde ich es unterstützen. Ja, definitiv. Also da waren noch weitere wunderbare Formulierungen drin, aber ich glaube, das würde jeder von uns unterschreiben. Ist euch noch ein R oder ein Näh eingefallen? No. Ich habe aber auch, wie gesagt, ein bisschen abgelenkt von den Ereignissen hier in Frankfurt. Ja, Basti saß das ganze Wochenende heulend in der Ecke. Zu Recht, muss man sagen. Nun gut, es gibt eine Abstimmung in den Sendungsnotizen zur aktuellen Folge, liebe Hörer und Hörerinnen, da dürft ihr fleißig abstimmen und dann werden wir nächste Woche mal schauen, wer denn das Rennen gemacht hat. Nicht wahr? So, damit kommen wir normalerweise klassisch zu den Empfehlungen, wenn wir denn welche haben. Ich habe keine. Hättet ihr etwas, was ihr empfehlen wollen würdet? Ja, ich empfehle auf jeden Fall Backlash Wrestling nicht zu schauen. Ich habe die Zusammenfassung gesehen. 18 Minuten und es war schlecht. Naja. Ach ja, ich empfehle Hedrick Elfmeter für die Liebe empfehlen. Nö. Wenn ich jetzt tatsächlich so früh hier rauskomme, gehe ich nochmal zurück zu den anderen saufen Nasen. Die sind noch drauf. 93 dauert immer ein bisschen länger. Na, da kommt natürlich noch eine Erinnerung im Chat. Vielen Dank. Natürlich, das hätte ich fast vergessen. Danke an Timo für die Erinnerung. Da kann ich doch noch nicht gehen, oder was? Nein, du kannst doch noch nicht gehen. Und zwar müssen wir empfehlen, es gibt natürlich einen Spendenaufruf für eine Choreo im Pokalfinale. Okay. Ja, klar. Habe ich auch schon geteilt auf Twitter. Selbstverständlich hoffentlich haben es die meisten schon gemacht vor. Genau. Wer es noch nicht gemacht hat, ich packe den Link dazu auch nochmal in die Shownotes beziehungsweise ein Bild davon. Und dann stehen da alle Informationen drauf. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen wieder was Herausragendes sehen. Und von daher Spenden. Spenden, genau. Was habe ich für mich gelesen? Tankart sinkt wieder vor der Kurve und Helene Fischer darf diesmal nicht in der Halbzeitpause singen. Also alles richtig gemacht diesmal. Yes, yes. Ich bin gespannt, in welcher Stimme wir uns nächste Woche treffen. In einer ganz großartigen, würde ich behaupten. Du hast auf jeden Fall wahrscheinlich noch 20 Lieblingsspieler bist da eingefunden. Ich werde dich alle heute Nacht nur schreiben. Lässt du mich da bitte raus? Ich will einfach morgen früh eine kurze Zusammenfassung irgendwo sehen. Ich habe ja die Privatnummer von der Alice auch. Dann brauchst du keine Angst haben. Grüße. Gut. Gut. Dann haben wir es geschafft. Ja, wir biegen jetzt einen auf die Zielgerade. Jetzt mach doch hier mal nicht so eine Hektik, bitte. Doch. Warum? Weil ich dem Axel noch ein paar Sachen erzählen muss. Du willst dem Axel noch Lieblingsspieler erzählen. Genau, da kann ich weitererzählen. Wie toll du De Blasis findest. Soll dich doch erzählt bekommen. Basti muss jetzt mit Axel über De Blasis diskutieren. Ich glaube, es könnte der nächste Renner werden. Ich würde einfach so gerne so ein Gerücht streuen. Nur damit Basti und Axel eskalieren. Das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt rüber zu De Blasis und werde das verbreiten, dass wir das diskutieren. Genau. Und damit der Basti schnell gehen kann, sagen wir jetzt nochmal artig Danke an alle, die uns unterstützt haben. Es war wieder ein Monatswechsel. Es kommen wieder jede Menge Spenden von euch rein und das finde ich ganz, 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 ganz gut. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt hier schon Skype aufmache, läuft es dann parallel? Seid ihr dann auch bei 3.9 mit drin? Wahrscheinlich nicht. Nein. Das wäre lustig. Das wäre lustig. Ich habe ihn mal mitgebracht. Dann würden wir einfach zweimal Bruno De Blasis brüllen und dann wird er rausgehen und Axel ist Fuchsteufelswild. Genau. Heißt er nicht Pablo? Dann würde er sagen, er heißt Pablo würde der Axel ja brüllen. Der Bruno De Blasis. Also Monatswechsel, Spendenaufrufe oder Spenden von euch da draußen. Ganz, 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 ganz vielen Dank. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns über jede Menge Kommentare und Feedback zu dieser Sendung. Wir freuen uns drauf, möglichst viele von euch beim Pokalfinale in Berlin zu sehen, weil wir sind nahezu vollständig oder wir sind glaube ich vollständig vor Ort. Von daher verabschiede mich schon mal von hier jetzt von den Hörern und auch von euch beiden. Ich gehe jetzt hier raus. War mir eine Freude Alice. Wir sehen uns. Ich werde mich heute nach bei dir melden. Das klingt komisch. Freue mich schon. Ciao. Ciao. Jetzt hat er mir zum dritten Mal in meiner Abmoderation gequatscht. Mann, und das alles nur wegen Bruder de Blases. Alle guten Dinge sind vier. Ja, genau. Nee, sieben. Hashtag sieben. Genau. Wir wollen jede Menge Tweets von euch sehen mit dem Hashtag sieben bis zum Wochenende und danach überlegen wir uns einen neuen Hashtag. Dir Alice, vielen, vielen Dank für dein spontanes Teilnehmen am heutigen Abend. Vielen Dank für die Einladung. Genau, wir werden jetzt den Rettungswagen rufen, die dich da wieder aus deinem Stuhl irgendwie raus befördern. Es klingt irgendwie gefährlich, wenn man nicht weiß, was passiert ist. Genau, und mit diesem Cliffhanger, liebe Hörer und Hörerinnen, entlassen wir euch in die Nacht, in den Morgen, in den Mittag, wann auch immer ihr das hört. Wir wünschen euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Viel Spaß allen, die nach Schalke fahren und wir hören uns in der nächsten Woche in gewohnte Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Hey, Hörerinnen, hey, 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 Hörerinnen, hey, hey, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.